Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Kobanekon Kalarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute, und ja, willkommen zur allerletzten Mission der Alliierten. Keine Reue, Leute. Aber keine Sorge, danach ist das Spiel noch lange nicht zu Ende. Alles klar, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So. Schwere Fahrzeuge können die meisten Infanterieeinheiten überrollen. Ja, es stand da. Ich gehe davon aus, dass jeder mit den Befehlen klarkommt, die er erhalten hat. Irgendwelche Fragen? Gut. Heiz den ein, Jungs. Weggetreten. Kommander, durch Ihre Erfolge in diesem Krieg haben Sie sich eine große Ehre verdient. Sie, Stavros und ich selbst werden den direkten Angriff auf die zentrale Gefechtszone Moskau 1 leiten. Alle anderen Fronten sind abgedeckt. Es bleibt also nur unsere Aufgabe, Stalins Festung zu zerstören und den Sitz der Sowjetmacht zu vernichten. Und Sie haben sich auch das Recht verdient, als erster das neueste Spielzeug aus unserem Waffenarsenal zu testen. Die Chronosphäre. Mit diesem kleinen Hilfsmittel wird Sie selbst Stalins eiserner Vorhang nicht aufhalten können. Einstein möchte, dass ich Sie warne. Die Chronosphäre könnte unbekannte Nebenwirkungen haben. Setzen Sie sie vorsichtig ein. Nicht einmal wir verstehen all Ihre Möglichkeiten. Ja. Seien Sie vorsichtig. Los jetzt. Und geben Sie Stalinsaurus. Wir sehen uns dann in Moskau. Jawoll. Der Typ, der war ja richtig. Ja. Auf Krawall gebürstet hier. Na ja gut. Leute. Ach, blöder Roller da draußen. Na ja. Ganz genau, Leute. Wir marschieren nach Moskau ein. Und das ist die Basilius-Kathedrale. So, genau. Und... Genau. Und, ähm, ja. Wir marschieren nach Moskau ein. Es ist die letzte Schlacht hier. Und, äh, da der Anfang der Mission ein bisschen schwierig ist, mache ich mal Geschwindigkeit moderat. Weil wir haben hier eine Tanja... Ah. Ist schon zu spät gewesen. Fuck. Ist schon zu spät gewesen, Leute. Ach. So, mach mal neu starten. Genau, weil wir müssen am Anfang direkt diesen Typen da kaputt machen, weil der ansonsten die Fässer in die Luft ballert. Und, äh, ja. Dann ist die Mission direkt kaputt. Weil, wie ihr seht, wir haben am Anfang nur... ...eine Tanja und zwei Diebe. Oh, Gott. Das ist so knapp hier. Ist gut, Leute. Äh, dieser Granadier? Weg damit. So, Leute. Ganz genau. Und, ja. Das sind Diebe, Leute. Die Diebe müssen wir in die Silos schicken. Weil... Oh, Gott. Weil wir haben, wie ihr seht, nur 1800 Kohle. Da war ein Scheißhund. Und... Ja, das ist der finale Angriff, ne? Das ist irgendwie... Ein Tanja und zwei Diebe. Das ist irgendwie so bescheuert, wirklich. Mach diesen Hund kaputt! Ach, verdammt. Ach, dieser Hund. Dieser Hund. Hahaha. Ja, das ist... Verdammt nochmal. Was? Fahrzeugensüberstandard Alt Plus klicken. Ja, toll. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen, hier. Diese Stelle. Oh, nein. Ach, verdammt. So. Leute, jetzt... Mach diesen Grenadier da kaputt. Ja, wir sind nach. Oh, Gott sei Dank. Wow. Toll. Na, super. Da kann ich jetzt schon wieder laden. Das ist eine Scheiße am Anfang der letzten Mission, wirklich. Ja, der hat auch eine Tesla-Spule aufgebaut und die schießt nach einer gewissen Zeit die Fässer kaputt. Ja. Direkt Tanja da oben auf den da drauf, da los. Und auf den hier los. So. Die ist Team 1, die Tanja. Ganz genau. Und auf diesen Grenadier. Und die sind Team 2 und kommt von... Da ist dieser Scheißhund da oben. So. Komm aus der Scheiße hier raus. So, wisst ihr was? Direkt mal Spiel speichern hier. Ja, weil... Ja, der Anfang, der ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Aber da... Oh, gebaßt. Aber dann geht's voran hier. Dann geht's vorwärts. Oh, was macht die Tanja da? Was macht die Tanja da? Was macht die scheiß Tanja da? Wirklich. Ich hab dir gesagt, die soll auf die Fässer schießen und die schießt einfach... Die läuft da einfach hin. Ein bisschen geisteskrank. Geisteskrank. Aber gut. Egal. Was war das denn? Okay. So, wir haben einen Hellmarsch, Leute, im Hintergrund. Mit dem Hellmarsch im Hintergrund müsste das doch jetzt klappen. Obje Barstow. Keine Ahnung, was die da sagen, aber... Ist okay. Dieser Scheißhund. So. Grenadier da unten. Wisst ihr was? Ich zoome jetzt mal hier rein ein bisschen. So. Dann kann ich ein bisschen besser zielen. Da ist nämlich noch ein Grenadier im Busch. Seht ihr das da? So. Da sind die anderen wenigen. So. Mit dem Hellmarsch wird das jetzt klappen, Leute. So. Alles klar. Nein, 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 nein. Die ist noch kaputt. Meine Fresse. Das ist eine Mission hier wirklich. So. Wir sehen. Energie, Leute. Die müssen mal kaputt machen. Allerdings speicher ich das Ding erstmal. Weil ich hab keinen Bock, alles immer von vorne zu machen zu müssen. Gut. Äh, C4. Spring das Ding in die Luft. So. Und den kaputt. Und den Grenadier da oben kaputt. So. Geht klar, Chef. Genau. Die Diebe sind so cool. So. Da kommen ein paar Einheiten. Aber die kriegen wir kaputt. Vor allem diesen Grenadier. Ja. Oh. Oh, scheiße. Tanja ist fast kaputt, ey. Oh, das geht schon. So. Das ist kaputt. Geht klar, Chef. Da kommen russische Einheiten raus. Leute. Was kommt denn da raus? Flammenwerfer. Schaut euch die an. Das sind Flammenwerfer. Und direkt auf den... Auf die Flammenwerfer schießen hier. Los. Und auf den Grenadier. Puh. Oh Gott. Um Gottes Willen, ey. Mensch. Objepasto. Ja, ja. Oh Gott. Tanja ist fast kaputt. Äh. Ja. So, wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, wir können schon hier... Tanja, mach bitte diesen Grenadier da kaputt. So. Ich glaube, wir können jetzt nämlich... Genau. Das hier ist so eine... Da ist noch ein Hund. Das hier ist so eine kleine Vorbasis. Da sind zwei Hunde. Was zur... Ach, diese scheiß Diebe, ne? Ja gut, egal. Einer ist dann halt kaputt. Scheiße, Mann. Ja gut, egal. Äh, es reicht, wenn der eine hier reingeht. Glaube ich. So, wir haben... 4.800 Credits. So. Äh, Vers... Ah, im Norden kommt die Verstärkung. Alles klar, Leute. Cool. Allerdings. Hier ist jetzt nämlich unsere richtige Verstärkung. Ja, das finde ich mega geil auch gemacht hier. Zwar eigentlich nicht, aber... Aber Moment mal, können wir die Basis vielleicht einnehmen hier? Egal. Leute, ähm, wir haben jetzt, äh, die letzte Mission, die war ein bisschen komisch. Also, die ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weil am Anfang wird so der, der finale Showdown in Moskau hier suggeriert. Und wir machen einfach hier erstmal einen Sneaky-Angriff mit Natanya und zwei Dieben. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, finde ich. Egal, Leute. Ich hätte meine Mission gerne hier drin. Deshalb, Bauhof, komm mal her. Kommt Blech, Bubi. Tanz mal, genau, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal diesen russischen Vorposten hier erstmal kaputt. Genau. Tanja, machen wir das Silo da kaputt. So. Ich lasse die Spielgeschwindigkeit erstmal nochmal auf langsam. So, er hat alles verkauft, wie ihr seht. Und, äh, ja. Tanja, Tanja. Tanja ist bitte Team 2. So, dann macht die kaputt. Die wollen nämlich Tanja kaputt machen. Hier, seht ihr. Ah, Tanja ist weg. Aber das ist egal, Leute. Ist nicht schlimm. Ähm, Tanja brauchen wir jetzt nicht mehr. Muss ich sagen. Also, jo. Gut. Alles klar. Dann, äh, haben wir das erledigt. In Ordnung. Und da können wir jetzt die Spielgeschwindigkeit ein bisschen größer machen. Erstmal speichern natürlich, klar. Und dann würde ich sagen, baue ich den Bauhof mal hier direkt mal hier oben hin. So, ganz genau. Und natürlich hier die Spielgeschwindigkeit erstmal auf schnell. So, Leute. Bau den scheiß Bauhof auf hier. So, los. Und ja, wie gesagt. Das war der Einstieg in die letzte Mission. Ziemlich anstrengend, wie ich finde. Aber, jo. Wir haben es in Edelsteine. Schaut mal. Die werde ich mir auch direkt krallen. Aber am Anfang brauche ich noch keine Edelsteine. Deshalb, ja, werde ich die Raffinerie auch da oben hin bauen. Fahrt mal diese Maschendrähte hier kaputt. Und... Bratz, Bratz. Genau. Bratz, Bratz. So. Mach dieses Haus da kaputt. So. Bratz. Weg damit. So. Fahr da auch drüber. Bratz, Bratz, Bratz. Genau. Und, ja. Dann würde ich sagen... Ja, da oben hin. Du sammelst bitte nicht die Edelsteine, weil ich habe noch ein bisschen Kohle. Die werde ich erstmal gebrauchen. Und ich würde sagen... Da wir jetzt hier den Grundstock aufgebaut haben, spiele ich mich halt schneller. So. Leute. Genau. Dann können wir mal anfangen. Verkauf das kleine Ding hier. Und, ja. Wie geht's euch, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut soweit hier. Äh. Mir geht's sehr gut. Ich spiele jetzt an einem Freitagabend tatsächlich. Letzte Mission von Commander Conker an einem Freitagabend. Das ist doch mega. Oh. Da kommt direkt zwei Panzer und einen Raketenwerfer. Das ist ja wohl. Nichts zu glauben. Wirklich. Ach, du Kacke. Ja. Der kommt direkt angeschissen. Merken wir schon. Also, der kommt gerne angeschissen. Jetzt ist dieser Roller schon wieder da draußen. Mensch. Mit Mix kommt er auch angeschissen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir brauchen schon Silos. Aber es ist nicht schlimm. Wir brauchen einfach mal einen Sammler. So. Der ist nämlich auf meine Energie abgesehen. Nein, nein, nein. Reparieren. Und was brauche ich denn für Flachs? Ich glaube, Radarstation. Radar war das. Ja, genau. Gut. Du sammelst bitte hier die Edelsteine ein. Da werde ich nämlich meinen Radar reinstellen. Hier in den Bereich. Oh. Womit kommt er denn da? Moment. So. Reparieren. So. Einfach drüberfahren über den Scheiß. So. Dann würde ich mal sagen... Sammelst du... Psst. Sammelst du die Edelsteine? Also wirklich. So. Jetzt können wir einen Flachs bauen, Leute. Würde ich sagen, machen wir mal. Das ist nicht. Jetzt kann man hier diese Fässer kaputt machen. Die machen mich nervös. So, Leute. Ich glaube, hier in der Mission werde ich noch einen Sammler brauchen. Und als nächstes Technologie-Center. Ganz genau, Leute. Wird gebaut. Genau. Wir geben die Kohle so schnell wie möglich aus. Du sollst da drauf schießen. So. Mach das auch kaputt hier unten. Gut, Leute. Der sammelt man bitte hier nochmal die Edelsteine ein. Aha. Die Mick ist weg, Leute. Ja. Sehr, sehr gut. Oh. Ich renne an die... Ach du Scheiße. Da ist ein Mammutpanzer. Oh Gott. Das ist ein Mammutpanzer. Ja gut, dann Kampfpanzer. Ach du Scheiße. Das ist ein Mammutpanzer. Was will der denn hier? Die Sau, ja. Die Sau. Kommt da mit dem Mammutpanzer angeschissen. Also wirklich, Leute. Da kommt der Mammutpanzer direkt angeschissen. Ey, das ist unglaublich. Die Flak nachbauen. Ja, das ist... Das ist eine heftige Mission, die letzte. Ja. Aber sobald wir uns aufgebaut haben, geht das. So, ich stelle diese Flak wieder auf und wir brauchen ein neues Großkraftwerk. Mensch, warum leckt das denn so? Ach, Spiel. Das ist jetzt aber nicht schön. Egal. Leute. Ah, dann würde ich sagen, brauchen wir noch eine Werkstatt. Der Spionagesatellit ist gleich fertig. Sehr, sehr gut. Und dann repariere ich gleich mal diese Panzer. Ja, Sir. In Ordnung. Bratz. Ja, genau. Fahr da ruhig drüber. Fahr da ruhig drüber hier. Bratz, Bratz, Bratz. In Ordnung. So. Sehr schön. Gut, Leute. Wir haben die Werkstatt. Sehr, sehr gut. Die würde ich sagen, packe ich mal hier. Und wir können die Chronosphäre bauen, Leute. Chronosphäre, das ist dieses Teleporter-Ding. Würde ich sagen. Bauen wir später. Erstmal müssen wir uns hier befestigen. Alles klar, Leute. Die Mucke, die passt auch so schön dazu jetzt hier. Und ist klar. Und ansonsten. Dio, 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 dio. Und wir brauchen definitiv die vier Silos. Okay. Und was? Oh, Mammutpanzer. Ich wehrt hier nicht mehr, ey. Wirklich. Der macht jetzt natürlich meinen dritten Sammler im Arsch, ne? Danke, Wichser. Wirklich. Dummer Mammutpanzer. Mann. Scheiß Mammutpanzer. Mammutpanzer. So. Kann ich den Sammler nachbauen hier? Äh. Abgeschlossen. Oh. So. Dann fahrt ihr mal bitte über diese scheiß Mammutpanzer drüber. So. Ihr sollt da drüber fahren. Da kommt noch ein Mammutpanzer und das Spiel, das leckt gerade ein bisschen stark hier, muss ich sagen. Mach diesen scheiß Mammutpanzer im Arsch. Oh. Wo will der hin? Okay. Energieklauen. Alles klar. Verstehe ich. Oh, der Timer ist wieder Schrott. Na super. Na super. Gut, dann muss ich halt meine Uhr anmachen. Eine Sekunde mal. Äh. Das waren, glaube ich, noch 13 Minuten. So. Alles klar. Und das Spiel, das... Warum ruckelt das? Verstehe ich gerade nicht. Egal. Leute, geht euch reparieren. Und wir brauchen nur noch... Wir brauchen gar nicht mehr so viele Gebäude, ne? Ich habe eigentlich... Äh... Ein Sammler... Hier und die Edelsteine, die werde ich mir gleich krallen. Haha. Alles klar, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns erstmal hier Verteidigung auf. Ach du Scheiße, diese Lecks, ey. Das ist bestimmt wieder Avira. Ich sage euch. Verdammt nochmal. Ich gucke. Ah, kann ich gerade nicht. Ein eiserner Vorhang? Auf dem normalen Standardpanzer. Ernsthaft? Was soll das denn? Alter, diese Lecks, ne? Das ist gerade ein bisschen schwierig hier zu spielen mit den Lecks. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Verdammt nochmal. Letzte Vision hier und es fängt an zu lecken. Wie Scheiße. Und deswegen habe ich jetzt meine Waffenfabrik verloren. Ey. Mann, Mann, Mann. Ey. Diese Lecks. Diese Lecks, ne? Leute. Das ist bestimmt wieder scheiß Avira, ey. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich, ey. Wirklich. Verdammt nochmal. Dieses scheiß Avira-Programm. Bestimmt, ey. Bestimmt. Mann. Jetzt läuft es nämlich wieder, ne? Klar. Jetzt, wo meine Waffenfabrik weg ist, ey. Das ist doch so zum Kotzen. Neue Bauung. Naja, gut. Egal. Wir müssen es nachbauen, Leute. Da ist eine Kirche mit Geld. Die hole ich mir gleich. Die hole ich mir gleich, Leute. Allerdings. Erstmal nachbauen. Meine Frösse. Also das war ja schon wieder nicht schön, was da gerade passiert ist. Dummes Avira-Programm. Wirklich. Ich hasse das. Aber gut, egal. Leute, wir haben nichts Großartiges verloren. Wir haben diese beiden Gebäude verloren, klar. Aber wir haben jetzt nicht, äh... Kein, kein Gamebreaker erfahren. Das nicht. Auf keinen Fall. Gut, wir brauchen Großkraftwerke. Noch ein paar. Da kommt hier so ein scheiß Mammutpanzer da. Mach den weg, ey. Da hat der Hund tatsächlich noch ein Manneken von mir platt gemacht, ey. Mann, Mann, Mann. Jo, tjo, 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 tjo. Genau. Gut. Bunker. Immer schön nachbauen. Dieser Mammutpanzer. Mit einem eisernen Vorhang auch noch. Geht mir ganz schön auf die Nerven. So. Leute. Dann würde ich sagen, macht ihn halt kaputt. Der will nämlich schon wieder eiskalt hier reinfahren. Was soll das? Gut. Der will auf meine Energie. Aber ist egal, Leute. Ist egal. Das passt schon so. Geschützturm. Ich muss mich jetzt hier verteidigen, ja. So. Leute. Dann würde ich mal sagen, jo. Oh, da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder ordentlich angeschissen da. Alles klar. So. Bunker. Der will wieder auf meine Sammler. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Geh weg. Geh bloß weg, blöder Russe. Ist noch ein Techniker von mir. Geh bloß weg. Leute, alles klar. Kommt von da oben, ne. Er will meinen Sammler haben. Ja, ich merke es schon. Aber den kriegt er nicht. Kannst du vergessen. Fahr die Mennigen einfach platt hier. Los. Ja, ihr merkt, die Mission hat es in sich. Die letzte. Äh, ja. Ich würde sagen, ich baue einfach weitere Panzer. So. Gut. Alles klar. Das Spiel hat sich wieder ein bisschen eingekriegt hier. Ach, du Scheiße. Was macht... Kommt da hier mit... Mit allem möglichen Scheiß hier durch, ne. Das ist wieder typisch Russe. So. Da kommt er auch wieder mit Grenadiere. Meine Fresse. Ich mach jetzt... Alter. Der kommt schon mit einigem hier angekackt, ja. Mit einiger Scheiße kommt er hier angekackt. Aber es geht noch, Leute. Es geht noch. So. Nein. Energie. Ach, verdammt. Ja gut, egal. Da kommt er schon wieder. Mammonpanzer. Ja, die fahren hier alles auf, was sie haben. Wirklich, die Russen. Also, die fahren hier wirklich alles auf. Wie ihr seht. Und, äh, ja. Macht diese Rakete wieder beim Arsch. So. Jetzt habe ich auf einmal kein Geld mehr. Warum auch immer? Ach, du. Ja, toll. Danke. Peller. Wirklich. Verdammt nochmal. So. Kann ich wieder nachbauen, die Kacke. Boah. Kommt von überall an geschissen. Das ist so schrecklich. So schrecklich. Wirklich. Aber gut. Nicht so schlimm. Alles klar, würde ich sagen, verteidige ich mich mal weiter. Und dann ist die Aufnahme auch gleich schon wieder vorbei, ne? In sieben Minuten. Und, äh, ja, wenn die Aufnahme vorbei ist, gucke ich nochmal nach der Rechnerleistung. Weil das kann ja wohl nicht angehen, dass das hier so rumleckt. Alles klar, ich würde mal sagen, die reparieren sich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da kommt schon wieder eine scheiß Mick. Alles klar. Dafür sucht er doch schon wieder hier irgendwas. Einfach drüberfahren über die Kacke. So, über die Grenadiere. Grenadiere. Äh, Flammenwerfer einfach drüberfahren. Bestätigt. So, da kommt dann, zieht die halt hier rein. Dann wird es mir zu doof, ganz ehrlich. Ja, Sir. So, Leute. Konstruktion abgeschlossen. Gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem hier. Auch wenn wir hier so ein bisschen gefailt haben am Anfang. Aber jetzt geht's doch. Jetzt geht's doch, Leute. Und? Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Haben wir nur noch einen Sammler? Sein Ernst. Ja gut, alles klar. Dann muss ich mich auf einen neuen Sammler fokussieren. Da kommt er schon wieder angeschissen. So, drüberfahren. Dann einfach drüberfahren. Los. Ach du Scheiße, die ziehen so viel ab. Das ist unfassbar. Die Sammler, die sind aber auch lebensmüde, wirklich. So. Ah ne, ich hab noch zwei Sammler. Alles klar, ich hab noch zwei Sammler gehabt. Okay, sehr gut. Dann Hufschrauber. Also, Hufschrauber bauen. Ähm, jo. Na, würde ich sagen, haben wir das ja auch gleich schon, ne? Wir haben hier unsere Verteidigung erst dafür hier unten. Das ist schon wieder so eine Kackmik. Aber ist egal. Leute, das ist egal. Ähm, jo. Wisst du was? Der andere, der kann auch mal Edelsteine sammeln. Und ja, Leute. Wie gesagt, also. Letzte Mission der Russen hier. Kein Problem, wenn ihr die Angriffe... Och, du Heilige. Okay, doch Problem. Aber ne, das schaffen die schon. Das schaffen die schon. So, mach den kaputt da. Los. Mach die Scheiße kaputt. Los. Ach du Scheiße. Zwei Mammutpanzer. Oha. Oh mein Gott. Alles klar. Der will voll auf den Bunker. Oh Mann, ey. Grenadiere. Wirklich. Warte einfach drüber. Los. Ja, ihr merkt, das ist knackiger hier. Das ist schon knackiger, ja. Und vor allem, wenn das Spiel nicht so flüssig läuft. Ich weiß nicht, was hier... Ja, klar. Ein Panzer macht natürlich einen Turm kaputt. Ach du Scheiße, Leute. Was? Ja gut, dann... So, alles klar. Ach du Heilige. So. Weg damit. So. Dann haben wir jetzt erstmal unsere drei Sammler. Da ist schon wieder die MIG. Aber da werde ich jetzt Flachs aufbauen für... Nach den Hubschraubern. Nach den Hubschraubern. So, Leute. Ja, dann würde ich sagen, brauche ich mal ein paar Artillerien. Und ein paar Panzer. So, weil dann können wir nämlich gleich Schritt für Schritt hier... Hier ist Moskau im Übrigen. Das hier soll der Kreml sein, Leute. Diese Kirche. Ja, das ist ein bisschen... Und da kommt er doch schon wieder angeschissen da. Ich sehe das doch. Ja, ja. Macht mit einer Rakete einen Bunker im Arsch. Macht die Scheiße weg hier. Los. Äh. So. Der lässt mich auch nicht in Ruhe, ne? Das ist... Der lässt mich nicht in Ruhe, der Penner. Nein. Aber das ist halt eine letzte Mission, ne? Was will man da erwarten? Das ist halt schwierig. Ja, Sir. In Ordnung. Alles klar. Aber so schwierig nun auch wieder nicht. Wüsste was? Macht die Küche kaputt. Ich will die Kohle haben, Leute. Und dann gleich die Kronosphäre aufzubauen. 2.800 Dollar, meine Frosche. So. Holt euch die Kohle. Und zurück. Definitiv zurück, Leute. So. So. Da kommt er mit drei Migs. Oha. Mit drei Migs. Noch mal ne MIG. Oh, der kommt hier gerne mit Flugzeugen. Ich merke das schon. Okay. Na gut. Egal. Och, du heilige Mammutpanzer. Raketenwerfer. Alles mögliche. Allen möglichen Scheiß hier. So. Mach die Kacke weg, ey. Boah. Wirklich. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los hier. Och. Jetzt geht's aber los. Zwei Mammutpanzer. Ach, du Scheiße. Und dann ruckelt das auch noch so blöd. Okay. Egal, Leute. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier los? Das ist aber schwerer gemacht, ja. Das ist echt schwerer gemacht worden. Ich merke das schon, ja. Gut, alles klar. Boah, jetzt hier eine blöde Flaks auf hier. So. Verdammt. Egal. Also, das ging ja noch relativ gut. Alter Schwede. Wirklich. Wirklich. So. Weitere Flak. Ja, der nutzt gerne hier die Lufteinheiten. Weil er da eine scheiß Übermacht hat, der Russe. Ja, ja. Der hat eine scheiß Übermacht hier in der Luft. So, Leute. Dann noch eine Flak. Jetzt kommt er mit... Jetzt kommt er mit den Maschinengewehrflugzeugen an. Das gibt's ja wohl nicht. Alles klar. Dann. So, jetzt... Ey, alter Schwede. So, jetzt mauer ich mich hier einfach zu mit... Oh, scheiße, Leute. Scheiße. Verkauf das Ding. Ah, verdammt nochmal, ey. Ah, das ist so scheiße. Heieiei. Der hat's jetzt aber echt auf mich abgesehen hier, wirklich. Oh, noch mehr Flugzeuge. Ja, natürlich. Was kommt denn da wieder an, geschissen? Ah, um Gottes Willen. So. Kann ich jetzt mal hier in Ruhe aufbauen, ja? Nein, kann ich nicht. Verdammt. So. Weitere Flaks. Ich mach mich jetzt hier einfach nochmal zu mit Flaks hier. Einfach alles mal reparieren hier. Ja, lasst euch... Lasst euch nur abballern. Ist okay. Wirklich, Leute. So, da kommt er wieder mit scheiß Flugzeugen. Ja, natürlich. Ey. Wie ist denn der jetzt hier reingekommen? Bitte was? Alter. Kampfpanzer bauen. Ach, du Heilige. Was ist das, Leute? Das ist ja... Wir haben das schwerer gemacht. Das ist schwerer gemacht hier, Leute. Hubschrauber bitte auf diesen Mahmutpanzer da. Mann, ey. So. Verdammte Hacke, wirklich. So, dann mach diesen scheiß Mahmutpanzer da weg. Da kommt er schon wieder, ne? Da kommt er schon wieder mit scheiß Manneken da. So, weg damit. Überfahr die einfach, Mann. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, ich muss die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter machen, ne? Da ist meine Uhr auch schon. Egal, Leute. Ich, äh, baue mich jetzt nochmal zu Ende auf hier. Das war ein krasser Angriff gerade. Muss ich sagen. Mut ab, Russe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss ich sagen. Also, wow. Da versucht er es schon wieder mit Flugzeugen hier. So. Alles klar. Wieder Schritt für Schritt aufbauen hier. Mahmutpanzer. Wie viele Mahmutpanzer will er noch bauen? Oh Mann, Leute. So, weitere Türme hier bitte. Nö, brauche ich eigentlich gar nicht. Nur hier unten die jetzt. Oh, was. Verdammte Scheiße. So, dann. Einfach hier drüber fahren. Oh, du heilige. Leute, wisst ihr was? Ich mach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer. Ist schon krass. Ja, muss ich sagen. Du Kacke. Wow. Krasse Mission. Wirklich. Wer schießt da? Ja, natürlich. Klar. Mach den kaputt, ey. Penner. Wirklich. So. Flak nachbauen. So, weitere Flak einfach. Ja, komm. Das ist egal. So. Meine Fresse. Alter. Das ist schon... Das ist schon eine Nummer. Ja, muss ich sagen. Also... Wow. Nein, kein Silos. Da versucht er das schon wieder, da. Da. Haha. Diesmal nicht, Leute. Ich hab genügend Flaks hier stehen. Was macht der Sammler da? Sammelst du bitte die Edelsteine auf? Was? Ja, natürlich. Klar. Dann bau noch einen Bunker. Wird gebaut. Wird gebaut. Alles klar. Wir haben erstmal ein bisschen... ...Konstruktion abgeschlossen. Ruhe wollte ich gerade sagen. So, Leute. Ach, du Heilige. Das ist krass. Aber ja, wir haben es verteidigt, Leute. Und dann würde ich sagen... ...wahr ich jetzt nach diesem Turm zu Ende. Und dann... ...wende ich mal die erste Folge. Genau, Leute. Wenn euch die gefallen hat, Leute. Dann würde ich sagen... ...lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen... ...speichere ich das Ding. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend... ... oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.